freunde was geht ab heute wo ich bin so gespannt auf diese partie freunde heute offenbach gegen stuttgarter kickers kann nur ein geiles spiel werden ich habe schon mitbekommen um die 10.000 oder glaub sogar ein bisschen mehr werden am start sein war freunde also einmal war ich in offenbach und das war das war der kracher dass das wird heute eine grandiose stimmung von beiden teams ich bin gespannt ich werde heute als neutraler zuschauer dahin gehen ja weder offenbach-fan noch stuttgarter kickers-fan aber ich habe schon mitbekommen beide fernlager sollen ja grandios sein und ja freunde ich würde sagen let's go auf geht's nach offenbach lassen uns doch mal überraschen was beide hier zu bieten haben auf ein geiles spiel und viel spaß mit dem stadionblock freunde ich bin angekommen im offenbacher stadion hammer hammer schaut euch das ganze mal an ich würde sagen let's go das mal reingehen in das stadion und ja schon mal wie es ausschaut let's go auf geht's übrigens vielen dank an die regionalliga die mir das alles hier zur verfügung gestellt haben natürlich wird auch jetzt das logo eingeblendet weil jetzt geht es ums ganze auf geht's wollen ich bin natürlich angekommen ich wollte euch das schöne stadion an rüben die kickers fans hier die hoffenbach fans kann man mal machen also freunde die partie hat noch nicht angefangen aber beide teams machen hier gerade schon grandiose stimmung sowohl die kickers hoffenbach als auch stuttgarter kickers man hört es schon raus gefällt mir keine stimmung und da kommen die freunde die team stehen bereit auf ein gutes spiel und natürlich nicht zu vergessen viel glück an beide so kann die partie starten Grandiose Stimmung und direkt von Anfang geht die Porsche ab. Wahnsinn! Ein Stückele, du bist! Du! Die Güte! Freunde, kann man sagen, was man will. Starkes Tor, schön geschossen, muss man sagen. Grandiose Stimmung am Biberer Berg. Weiß nicht, 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 weiß nicht. Freunde, wir reden hier von Vierter Liga Deutschland, das ist doch nicht normal echt. Vorhin haben die Stuttgarter Kicker Sven Zau gemacht, das ist der Wahnsinn was hier los ist. Und ihr seht schon, das Spiel geht hin und her. Das ist ja Wahnsinn echt. Gutes Spiel, gute Stimmung, gefällt mir ehrlich. Gutes Spiel, gute Stimmung, gute Stimmung, gute Stimmung. Ja, auch so was kann man nicht reingehen. Boah, der Wahnsinn. Unglaublich. Gutes Spiel, gute Stimmung, gute Stimmung. Gutes Spiel, gute Stimmung. Gutes Spiel, gute Stimmung. Gutes Spiel, gute Stimmung. Beide Fernlager geben Gas, muss man sagen. Gefällt mir, so wie es hier gerade abläuft. Kann man nicht sagen, Freunde. Kickers-Fans eskalieren. Stuttgarter Kickers-Fans eskalieren. Gefällt mir richtig. Spielerisch erwarten noch ein bisschen mehr Tore, aber schauen wir mal. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß bei der zweiten Halbzeit auf ein geiles Spiel. Let's go. Und, Freunde, die zweite Halbzeit geht direkt mit Pyro los. Liebe Gäste-Fans, wir wünschen uns einen fernen und sportlichen Verlauf dieses Spiels. Aber mit eurem Verhalten gefährdet ihr euch und andere. Alles natürlich voller Rauch. Freunde, bis das ganze Rauch weg ist, wird die Quali ein bisschen schlechter sein, aber das kriegen wir auch hin. Ich muss mal aber auch sagen, keine Glanzparade vom Keeper. Ein Flutlichtspiel stelle ich mir genauso vor, Freunde. Aber, dass es dann noch Regionalliga südwestisch übertrifft nochmal alles. Hervorragende Stimmung. Oh, wow. Wow. Meine Freunde, dazu muss man einfach sagen, wow. Glanzparade vom Offenbacher Keeper. Wow, echt. Oh, wow. Die�se wie die Eltern…… Die Schule den vom Offenbacher keep. Oh, eins, auf. Oh, eins, auf. Oh, eins, um, Ren. OECD! 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 Das ist der Wahnsinn, Freunde. 10.000 in der vierten Liga, das ist ja nicht normal. Wahnsinn! Freunde, und es geht weiter mit der grandiosen Stimmung. Der Wahnsinn. Weiter geht's mit einem Neck-Neck-Pall für Off-Mach. Es ist so laut hier. Wahnsinn! Hier sitzt keiner mehr. Neck-Neck-Pall wird rausgeführt. Oh! 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 Also Freunde, noch drei Minuten nach Spielzeit, jetzt bin ich mal gespannt, oiaiaia, das wird noch was. Ich bin so positiv überrascht heute von dieser Stimmung, wow, echt wow, Konter, Offenbach, da drehen sie alle durch, boah, was für eine Stimmung, wow. Das ist der Wahnsinn Freunde, sowas habe ich in der Regionalliga aber auch noch nie erlebt. Wow, ehrlich, wow. Was für eine grandiose Stimmung. Was für eine grandiose Stimmung heute. Unglaublich, unglaublich. Und es ist vorbei. Offenbach gewinnt die Partie mit 2 zu 0. Boah, was für ein geiles Spiel. Was für ein geiles Spiel. Freunde, eine unglaubliche Partie haben wir heute gesehen. Muss ich schon sagen, eins der geilsten Spiele, die ich bisher so gesehen habe. Also in der Regionalliga auf FIFA das beste Spiel, was ich bisher gesehen habe. Muss ich sagen. Und all time, muss ich sagen, gehört auch zu den Favoriten. Wahnsinn. Geiles Spiel. Geile Stimmung. Muss man einfach sagen. Ja. Freunde, das war es auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich bei der Regionalliga. Wirklich. Vielen, vielen Dank für alle. Es ist nicht selbstverständlich. Der Service bei Offenbach. Top, top, top. Ich kann es nur jedem empfehlen. Sehr gut. Ich wurde sehr gut bedient. Sehr freundliche Leute. Mega nette Leute. Mega geile Stimmung hier gewesen. Obwohl vom Auswärtsblock, als auch vom Heimblock. Ihr hört es ja immer noch. Das ist der Wahnsinn Freunde. Morgen geht es weiter. Gladbach gegen Stuttgart. Ich bin in Gladbach. Und ja, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da. Liked das Video. Teilt. Kommentiert. Macht. Tut. Ich verlinke noch den Regionalliga-Kanal unten. Da könnt ihr auch nochmal die Highlights angucken. Ja, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.